Hallo, YouTube. Ähm... Ich war jetzt ne Anmod. Mitten im Video, weil ich brauche ne Pause. Wir gucken uns gerade im Stream Game Fail Compilation an von Gamesprout. Best of number... 400. Und es ist funny, als... Ich piss mich weg. Bummst du einfach reich? Ich kann nichts mehr dazu sagen. Das ist einfach unfassbar lustig. Wir machen bestimmt wieder ne Reihe, wo ihr eure Fails einsenden könnt. Aber so lange gucken wir uns jetzt Game Fail Compilation an. Ah, Gott. 2 Bummst du. 3 DM. 45 episode 2011 Bummst du. Halt rein, bloc buntst du. Halt rein, blutst Drea Bummst du. working Magic Solo. Me? He 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 Just hanging around. Was haben wir denn hier? 84, come on. Was macht denn YouTube hier? Ah Leute, das Video ist so laut, sorry, ich mach's ein bisschen leiser. Aber sehr lustig. Guck mal, wir haben noch keine zwei Minuten. Wir haben schon oft gelacht, oder? Der Schwarze Ritter. Das ist alles funny als F***. Das ist nicht eine gute Idee. Was? Oh, ich bin einfach stuck. Was? 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 Oh, 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 oh. Lustiger ist alle Videos zusammen, die wir uns vorher angeschaut haben oder? Ich hab YouTube einfach nicht unter Kontrolle. Wenn ich zum Beispiel Space drücke, dann stoppt er nicht mehr. Hauptsache alle anderen sind schuld. Ah, das hat mich gebrochen. Das hab ich jetzt nicht gesehen, oder? Das hat mich jetzt kaputt gemacht. Nochmal. Das ist die Rache für die ganzen Chicken-Bugger, die du in letzter Zeit gegessen hast. Das Huhn so, was machen Sachen? Noch einmal, okay? Noch einmal. Ah, der Sound ist wahrscheinlich nachträglich rein-iditiert worden. Und dann guckt er noch in die Kamera. Ich breche ab. Alter Falter. Ist das funny. Ja, genau wie es sich auch noch kurz zur Kamera dreht. Was machst du denn hier? Hey, John. Das Huhn ist wahrscheinlich auch tot. Ah, es kam ziemlich unerwartet. Okay, komm, wir machen weiter. Das Huhn lebt noch? Ach, stimmt, das steht dort rein. Was ist das für eine Hektik hier? Hä? Was ist los mit euch? Ich wohne hier. Ich war schon immer hier. Seid ihr bescheuert? Immer weg hier. Hey, geh weg. Hey, was ist mit dir? Warum liegst du da? Oh Gott, war das lustig. Hey, hast du das? Hast du das? Hast du das? Re-Plex, Re-Plex, Re-Plex. Hast du das? Hast du das? Oder hast du es gefunden? Hast du das? Das Schild? Ja. Hey, das ist auf der Grunde. Oh. Hast du dein Med-Kit gekauft? Ja, ja. Ja, ich brauch da. Ja, ich brauch das. Ja. Ja, ich brauch das. Steht denn das Spiel dabei? Ah, das steht rechts unten. Das steht da. Pavlov Das Spiel kenn ich nicht Das ist der Eis-Ankorn Impressive We're not getting out of this one Baum einfach krasser Oh man das ist schon lustig Oh man das ist Look at this shit So mehr Wasser nachfüllen Während ich Wasser geholt hab Ist mir eingefallen, dass ich pinkeln muss Daut also ein bisschen länger Guckt ihr euch so lang ein Video an 20 Minuten später Sagt dem Geiste sowas Was bring ich das denn hin? Einfach so, der hört dich Moin Er jagt uns jetzt Komm hin Das so verdient echt Das find ich nicht Das ist der Geist Der Geist der jagt Es kann nichts machen Mach doch die Tür auf Ich find das doof, das Spiel Warum flackern denn die Lampen? Warum flackern denn die Lampen? Wieso hör ich ihn überhaupt noch? Das ist so ein Opfer Jetzt wird er gesnackt I love it Instant kam er Instant Er jagt uns hier Das gibt's noch nicht Wollen wir stehen geblieben hier? Alles vergessen Oh 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 Look at this What do these do? What do these do? Oh Someone's trapped I gotta help him Help! Please! God! Please! Help me! I'm trapped! Help me! Please! Please! I'm trapped in here! Please! I can't breathe! Please! I can't breathe! Help! Please! Help me! Help me! I'm trapped in here! Please! I'm trapped in here! Little panties and a wig Sure the sex is probably out of this world But you must get born after a while You know? Perfection Good morning to you partner! You put on weight! You put on weight! You put on weight! Hi there! You put on weight! You listen to me and you listen good son! You think those biters out there are dangerous? You think those biters out there are dangerous? Oh Oh I can't Oh 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 Unmöglich auf YouTube hochladen. Ich mach nix. Ich kann auch nichts kommentieren. Ich biss mich einfach nur weg. Komm mal. Richtig scheiße Schock. Ich muss mich kurz beruhigen, Leute. Aber das Ding ist, hat er ja eigentlich rausgeschmissen. Das war ein Bug. Hat sich wieder zurückgepackt, die Scheiße. Wenn ihr genau hinschaut, dann hat er es eigentlich rausgeschmissen. Eigentlich, das war nicht unfassbar. Es ist weg. Und Achtung. Alter. Ich kann einfach nicht mehr. Ich bin nicht. Das ist einfach zu krass. Ah. Puh. Ende noch. Alter, wir haben erst 4 Minuten 32. Ich hab schon irgendwie was? 2-3 Lachflashs, oder? Ich schaff nie die 36 Minuten. Ich schaff nie die 36 Minuten. Ich schaff nie die 36 Minuten.